Musik Suppenküchen sind groß im Kommen Die Armentafel Dem Papst, ich weiß nicht mehr welchen, wurde mitgeteilt Dass es auch in Bayern immer mehr Suppenküchen gibt Daraufhin hat er die 120 Millionen, die seine großen Besuche im Schnitt so kosten Den Armen gespendet Na, schmarrn, war der Witz Armut hat viele Gesichter Der Rentner, der in der Wohnung friert Die Mutter, die die Würde verliert Das Kind, das sich in der Schule schämt Der Vater, der sich zu Tode gränt Armut hat viele Gesichter Nur eines nicht Vom Vatikan das Gesicht Zum Armutsbericht kam ja damals in der gleichen Woche von den Politikern die Frage Ob für die Politiker nicht eine Diätenerhöhung angemessen wäre Geht's noch? Haben wir eine neue Feudarlehrschaft, oder was? Wir sind der Urnenpöbel Das Stimmvieh Und hören nur mehr Schlagworte Feinstaub Biodiesel Mindestlohn Pendlerpauschale Rentnerhöhung Rentnerhöhung Ein Viertelprozentel fürs Rentnerl Kann er sich zwei Scheiberl Wurscht mehr kaufen Damit die Wiederwahl der Damen und Herren gesichert ist Glauben die, wir sind alle blöd, oder was? Wir? Wir sind nur mehr ein Konto, von dem abgebucht wird Keiner stellt sich mal vor uns hin und sagt Kinder, kommt, das packen wir schon Aber danke, sagt eh keiner Es wär doch schön, wenn der Finanzminister einmal Danke sagen würde Danke, danke, liebe Bürger, dass wir euch so schröpfen dürfen Danke Armut hat viele Gesichter Der Rentner, der in der Wohnung friert Die Mutter, die die Würde verliert Das Kind, das sich in der Schule schämt Der Vater, der sich zu Tode grämt Armut hat viele Gesichter Nur eines nicht Von Merkel das coole Gesicht Madame Kanzlerin In ihrem Glaspalast Und ihre Entourage Wissen Sie überhaupt noch, woran es uns mangelt? Die Klimakanzlerin In ihrer gepanzerten Limousine In ihrer klimatisierten CO2-Schleuder Sie sagte, für eine Benzinpreissenkung sähe sie keinen Bedarf Ja, warum sollte sie auch? Uns fehlt Motivation Wir lächzen nach Motivation Die Hundzahn so protzert, dass das Antoine klatschen kann, der hörtst Oft hat man direkt das Gefühl, die Politiker verhöhnen uns Aber sie verhöhnen führt auch zu nix Ach komm, führt doch zu nix Als Kabarettist verspürt man vielleicht ab und zu so einen Hauch vom Glanz der Macht Wenn man als Pinscher den Mond anbellt Aber das juckt doch die Eiche nicht, wenn sich die Sau an ihr kratzt Die machen genauso weiter Genauso Du bist Deutschland Wehr dich Oh ja 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 Dankeschön